So, damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metal of Honor. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Bombe überlebt und jetzt geht's weiter. Auf der, nach der Suche, äh, und suchen immer noch Tariq, glaube ich. Aber wir müssen uns erst mal zum Baller, hieß sofort. Interessant, hier gibt so eine Karte, an der man noch alles angucken kann. Ganz ein bisschen Ziele. So, dann sichern wir hier oben mal. Ähm, da. Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Äh, links! Auf der Treppe! Schieß doch mal, Leute! Also, ich glaub, das hier soll noch besser sein als Warfighter, aber, Gott, wenn das schon so ist. Okay, ist, wie gesagt, die erste Mission, aber, wie sollen dann Warfighter sein? Lo? Haha, nice! Okay, da müssen wir jetzt kurz gucken. Vier, drei, zwei, eins. Schuh! Okay, da sind schon einige. Und wieder ein MG-Nest. Flankieren und neutralisieren. Müssen wir wieder. Und so, nein. Gib mir mal Deckung, die ich eh nicht benötige, weil die eh nicht wirklich auf mich schießen. So, jetzt hat's uns sogar mal erwischt, weil wir frontal reingelaufen sind. Okay. Man versteht die Sprecher aber auch richtig schlecht, finde ich. Ich glaub, wir sind Rabbit, oder? Was? Ich dachte, wir sollten zum Auto. Aber irgendwie immer an der gleichen Stelle. Wahrscheinlich wird man da automatisch erschossen, wenn man zu der Stelle vor einem bestimmten Zeitpunkt geht. Oh lotz! Was sollen wir machen? Ach, jetzt sollen wir da hin. Alte Minen, oder er hat selbst gemacht. Das müssen wir wieder warten. Sollen wir das nehmen? Naja, wir nehmen es uns einfach mal. Ja, da tauschen wir es gegen die Dings aus. Gegen unsere Schrotflinte. Ach, oder wir behalten sie einfach. So. Machen wir den Weg für Wudo und Preacher frei. Ach, wir sollten das Dragon aufnehmen. Wenn ihr so wollt. Das Gebäude, das Gebäude! Kenner, wartet nicht! Recht sicher! Wir rücken ab! Los! Sop! Wir werden hinter dem Platz! Pfeier! Pfeier! Mather, Gebäude sind gesichert, abrücken! Roger! Im Innenhof damit! So, dann kommen da bestimmt gleich wieder viele raus. Ihr habt sogar durch die Wand. Oh, Doppel-Hertschott. Okay. Also, mir persönlich verziehen die Waffen zu wenig, denn es wirkt so, als würde man irgend so eine Spielzeug-Waffe haben. Hier was Interessantes? Nein. Granaten? Gut. Also, die Tür. Wie viel Munition? Fünf Magazine, sieben Granaten. Kann losgehen. Okay, Taren könnt ihr überhalten. Wir schnappen ihn ins Leben, sonst finden wir aus, was hier los ist. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Ich will ihm sowieso ein paar Fragen stellen. Holen wir ihn uns. So, äh, ich muss jetzt einfach mal kurz das Laute machen, denn da kommt kein bisschen Stimmung auf. Ich hoffe, ihr versteht mich dann trotzdem noch gut. Abbrechen, speichern. Oh, ja, besser. Jetzt macht auch einen Unterschied zwischen 7.1 und 2.0. Gut. Okay, das Spiel hat nur 5.1. Rücken zu einem Reifen vor. Ah, man kann rutschen. Das finde ich allerdings gut. Ja, geh um die Ecke und dann schieß ihn. Ich wollte jetzt eigentlich zu ihm sliden, aber egal. Oh, schön. Okay, wetten, slow motion. Bestimmt slow motion. Nein, nicht slow motion. Hier können wir wieder unser Dings ermachen. Hier muss man gar nicht mehr zielen. Das ist sicher. Jetzt slow motion. Ja, war doch so logisch. Warum ist das immer slow motion? Gut. Gut, Mutter. Wir kommen zu Ihnen. So, somit haben wir Tariq befreit. Und er ist weg. Mother, Ihr Panzer am Sammelpunkt. Ihr Status? Alles gut. Wir haben die Ware bei uns. Bestanden. Haben Sie auf irgendwas nicht geschossen? Wir sehen Sie schon. Wir geben Ihnen Deckung. Morgen. Ich habe genug von dieser Scheiße. Was zum Teufel war das gerade? Das sind die Taliban. Die haben ihre Spione überall. Sie haben alles genommen und uns nur Schmerzen gelassen. Bitte, Sie müssen sie finden. Finden und töten Sie alle. Bullshit. Warum sollten wir ihm trauen? Wie es aussieht, hat uns reingelegt. Warum sollten wir dir vertrauen? Bitte. Ich habe eine Tochter. Ich möchte, dass sie zur Schule geht. Sie soll es einmal besser haben. Können Sie das nicht verstehen? Okay, okay, ich verstehe. Wo sind die Feinde? Schaikot. Schaikot? Was ist das? Das ist Pashtunisch. Es bedeutet Tal der Könige. Schaikot. Wo ist das? Da. Wie viele? Viele. 500 Kämpfer. Oder mehr. Wir brauchen wohl ein größeres Boot. 8.37 Uhr. Bagram. Flugfeld. Afghanistan. Rabbit. AFO. Neptune. Das wollte ich jetzt nicht. Aber gute Idee, gute Idee. Ich bin mir leid, dass ich jetzt die Szene nochmal untersprechen muss. Aber haben wir wirklich höchste Qualität? Hoch. Hoch. Ja. So. Gut. Oh. Ohne PKP. Untertitelung. Leck. Nachladen. Ist es unserer oder der Gegner? Unsere. Ist es unserer oder? Alter, wie fährt denn der? Okay. Okay. Da hat er noch einen Tantien mehr explodieren lassen. Wow. Ja, kommen wir an, das Tor. Wir rücken an. Oh, was? Hier, Tessler. Wir stehen unter Beschuss. Die müssen südlich das Flugfeld des Mörser haben. Roger, Tessler. Wir erledigen das. Wir müssen die Mörser-Klops finden. Scheiße! Betal, Junge! Ah, Rambo. Rambo. Steigt aus! Kango, schaltet sie aus! Ich... Die Waffe verzieht jetzt wenigstens etwas mehr. Immer noch, logisch wenig, aber okay. Die müssen südlich das Flugfeld des Mörser haben. Roger, Panther. Wir erledigen das. Wir müssen die Mörsertruft finden. Wir haben jetzt Befug weiter. Sieh der recht. Halt mich hier! Wo kommen die hoch? Händen wahrscheinlich. Wow. Mörser, 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 Mörser. Das ist für eine Arbeit. Uh! Warum sagt ihr das nicht gleich, dass ich sowas hab? So. Oh, Lassen! In der Kuss! So. So. Kanata. So. Ach hier ist das Klappe. Okay, dann Sichtkontakt zum Haupttor herstellen. Ah, und dann sind wir jetzt in Luftschlag-Koordinierung. Weiche Feinde und leichte Geschütze. Neptun 1, hier ist Archi-350. Ich kann da unten die Guten nicht von den Bösen unterscheiden. Können Sie das Ziel markieren? Rabbit, markieren Sie das Tor für einen Angriff. 2000 Pfund, Jadam. Roger, Ziel ist mit Software markiert. Ruf. Archi-35, gute Arbeit. Ziel zerstört. Roger, Neptun 1. Ich komme jetzt zurück. Mieten hier, es wird nur. Oh. Archi-35, mit der oder selber Position fortsetzen. Markiere Ziel. Wasser kommt her. Vielleicht können wir wieder markieren. So. Roger, Archi-35, visieren Ihren Laser an. Im Anzug. Eliminieren. Bam. Archi-35, in der Hotel. Fahrzeug zerstört. Roger, Neptun 1. Erledigen Sie sie. Stehen immer noch unter indirektem Marserbeschuss. Haben Sie Sichtkontakt zu dem Außer-Buss? Leere die Böder. Lassen Sie nach. Roger. Ziel ist 5 Uhr. Gut, da. Jetzt kommen jetzt die Treppe runter. Kommen wir da gleich mal. Wow. Ist das ein Gegner? Ja. Wow. Ah, die kam her. Dann nehmen wir mal die Waffe. Die ist dafür besser. Scheiße, das ist ein Mörser. Na, komm. Hallo. Geht doch. Okay, den RPG erliegen wir mal. So. Das war's mit ihm. Noch jemand, der... Erledigt. Okay. So, warte. Die Maser kann ich nicht benutzen. Nope. Scheiße! So, Granaten-Action. Ah, mehr genug. Dann schnappen wir uns... Okay, der bugt da nur rum. Jetzt machen wir uns gleich neue Granaten. Das sind aber kleine Mix. Waren nicht so klein. Mann, ich sehe noch einen Mörser. 300 Meter auf dem Friedhof. Gehen wir. Sehe ich jemanden? Da hinten war eine Bewegung. Nein, war aber nicht. Nicht verschwenden. So. Wop. Wop. Thunderbows. Gut. Backdeckfeinde danach. Leicht. Mörser-Trop, 9 Uhr. Da. Man muss sich jetzt kurz überlegen, wo 9 Uhr ist. Können wir doch rein... rein sprayen. Das war schön, Dauerfeuer. Sup. Da hinten. Wir rücken zum Foto. Die Mäler sind gedrofft. Die Hand schüttt die Augen auf Fetter. Verstanden. Wir rücken zum Anger vor. Wir rücken zum Kontrollfunk. Wenn wir ihn übernehmen, gehört die Basisorten. Verstanden. Er liegt. Hoch in dem Flugzeug. Dank eurem Flugzeuger versteckt sich. Warte, fuck. Da ist ein Scharf ins Flugzeug. Da. Gut. Gesichert. Gesichert. Wieder Mörser-Beschuss. Müssen wir aufpassen. Aber hier drunter ist mal relativ gut geschützt. Echt zwar nicht, aber im Spiel... Das war knapp. Ich hab doch geschossen. Dreimal in seinen Beinen. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Oh. 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 So. Hab ich gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Es ist schon längst wieder Zeit. Denn, ja. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Und hoffentlich schaltet ihr auch wieder die nächste Folge ein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GGG. Bis zum nächsten Mal.